Fassaden sollen nicht nur Schutz bieten, sondern auch schön sein und wenn es darum geht, coole und moderne Fassadendesigns umzusetzen, ist Bau mit Hardtop Board ein heißer Tipp. Bau mit Hardtop ist die moderne Designfassade, die die Vorteile von einem Vollwärmeschutz mit jenen von Vorhangfassaden kombiniert. Das heißt, glatte Oberflächen, geradlinige Architektur wird nun auch im Bereich von Wärme den Verbundsystem Fassaden möglich. Die Bau mit Hardtop Fassadenplatten sind in unzähligen Farbvarianten erhältlich und noch dazu mit einem hochwirksamen Witterungsschutz versehen. Die Anwendung der Designfassade ist bis Gebäudekategorie 3 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen vorgesehen. Bei der Verarbeitung von Bau mit Hardtop Board ist darauf zu achten, dass die dafür vorgesehenen Bau mit Systembestandteile zum Einsatz kommen. Die Verarbeitung ist für qualifizierte Firmen normale Routinetätigkeit und entsprechend unproblematisch und schnell erledigt. Der Zuschnitt der Platten kann etwa mit Tischkreissägen vorgenommen werden. Hier die letzten Verarbeitungsschritte für die Bau mit Hardtop Fassadendesignplatten. Bau mit Hardtop Board wird mit Bau mit Hardtop Cleaner nochmals gereinigt. Bau mit Hardtop Tape wird in vertikalen Bahnen aufgebracht und fest angedrückt, je Platte mindestens drei Bahnen. Unmittelbar vor Anbringung an der Wand wird Bau mit Hardtop Fix aufgebracht. Nun muss Hardtop Bord innerhalb von zehn Minuten an die Wand geklebt werden. Die Vorteile bestehen unter anderem darin, dass sie hohe mechanische Festigkeiten bietet, dass sie einfach zu verarbeiten ist, dass die gesamte Fassade aus einer Hand eines geschulten Facharbeiters hergestellt werden kann. Das Ergebnis ist eine moderne, ansehnliche und bestens geschützte Designfassade.